Willkommen zurück in der Höhle des Versagens, wo ich gleich mal unterbrochen werde, wie bei jedem anderen Mal, wo ich das Intro versucht habe, hier zu halten. Weg mit dir! Machen wir den auch gleich mal weg. Und du bist als nächstes dran. So, ich gehe wieder rauf, Money holen, wenn die nächste Runde kommt. Ich muss mich konzentrieren, diesmal. Mein letzter Versuch hier drinnen. Oh, komm schon, einen machen wir weg doch. Der, der Charge. Die Chargen doch alle durchgehend. Meine Abklingzeit ist ein bisschen zu lange. Aber die kommen schon. Die kommen schon. Schaffe ich sie zu freezen, bevor sie reinkommen? Ja. Okay, fetter Granatenschaden, vielleicht hilft ein Satz. Oh je, das ist schon ein schlechter Anfang. Das ist schon ein schlechter Anfang. Brüner kommt weg. Granatenschaden, Granatenschaden, Granatenschaden. Ich liebe es, ich will es vor. Ich bin immer wieder in der Strecke. Oh. 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 Nup, 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 nup.